Hallo Guten Tag Ich bin nicht mehr bereit, seriös zu sein Zeit zum Durchdrehen Zeit zum Durchdrehen Geil Geil Der guckt deine Videos eh nicht mehr Was? Der guckt deine Videos eh nicht mehr Wer? Jetzt was Der guckt die nicht Ja sag ich doch, der guckt eh nicht mehr Der guckt die nie Was ist Siegel of Mana, sein Charakter ja Und was macht er? Guckt es nicht Was guckt er sich an ey, was guckt er sich an Irgend so nen anderen Shit Mein Ponyhof oder so ey, sowas guckt er Ey geil Ja komm Ey, meine Augen Es ist egal was mit deinen Augen geht Ich hab jetzt gerade noch ein Auge zur Verfügung Ey, vielleicht spielst du dann besser Das kann sein ey, weißt du, weil meine Reaktion nur noch Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ach komm Zwei Kroni, ne, doch nicht Jetzt komm Jetzt komm Doser, jetzt kommt ein Stachelschwein Jetzt kommen gleich zwei Krookies Jetzt komm ich Jetzt komm Bulldozer Jetzt Jetzt musst du's aber schaffen ey Ey wie denn? Bah, was zur Hölle? Ey das ist der einfachste Part im ganzen Spiel Okay Okay, ich geh jetzt gleich, ich geh jetzt bis zu der Shell hin Und dann will ich sehen, dass du das mal einmal machst Ja, mach ich Ich will sehen, wenn du da bist, dass es sofort Vollgas gibt Ja, mach ich Dann zwischig Okay Mach ich Dann wirst du jetzt mal gucken Weil sie mit Patty Wenn du ihn bis dahin noch hast Mit Patty Wenn ich ihn bis dahin hab, redet der hier Weiß ich hab mir jetzt hier eingeprägt, wo ich springen muss, damit ich das alles überleben Weißt du, du machst ja sowas nicht Ey, die waren nicht in meinem Plan drin, die Krokies Ah, zu spät Dann bist du zu spät Wie die ich immer solche natzen, immer die ey Ja, die sind die gefährlichsten Hahaha, die Stachelspeise sind die gefährlichsten Oh, bitte, die sind zu nah, weißt du Die kommen angekrochen Nee Die sind feilschnell ey Ja Auf vier Beinen ey Ja So mit fünf Zentimeter lang Beinen sind die, ah, schnell Feilschnell Ja Weißt du, ich Du zitzt da gegen Sagen wir mal, was wäre ein guter Vergleich Gegen Schnecken an, während ich gegen Usain Bolt da angehen muss Ja, das ist, das ist von hohen Weißt du, dass das ein Problem ist, ey, dass du mir irgendeinen dünnschiss anhaberst Und ich dann versuchen muss irgendwie noch was hinzukriegen So, zwei Krookies Jetzt ein Daumenoment Oh, jetzt bist du an der Stelle Heidi, du Muttergottes Hey, Baby Das Ende ist zu Ende Vorsichtig Peri Elefan Da hinten ist der Was kriegt man denn dann von Peri Ach eben, oder an dem Bonusfass kriegst du dann Noch eins Was, was, ich will dir mal was sagen, ne Mit Ansage Haha, geil Mit Ansage Ja, wir können das aber nix mehr machen und wir haben noch so viel Zeit Echt, wir haben noch Zeit Ja, wir können auch dann das Zerbett im Wald machen Ja, du machst das mal Ey, ich ne Na doch Ich hab glaub ich insgesamt schon genug getan Ne, ey, hallo, ich hab die Hälfte gemacht Hey, mit Ansage, weißt du Jetzt tut er wieder so, ob er der King ist, ey Hab ich dir richtig gegeben, ey Wer denkt, er wär der King, ey Vielleicht bist du, äh, Hälfte bist du der King Ist klar, ey, was ist er denn hier? Ein Blunder, ey, da wohnst du gleich, ey Puddingblunder Puddingplunder? Ja, das mein ich Ey, geil, ey Guck mal, hier müssen wir auch noch machen Ja, mach's dann, ey Ach, das ist das, ey, bloß nicht Bloß nicht Jetzt war das mit Ey, war das mit den Affen da, die mit Lüssen schmeißen? Ich glaube, ja Ey, fick doch da drauf, ey Ey, das war extra, ich hab's doch genau gesehen Auf die Birne, ey Nein, das war nicht extra Ich hab's doch Ich, ich würd sowas nicht extra machen Ich, ich könnte ein Video machen, wo du extra stirbst Was? Ja Oh, ist das, ist das geil Links Ist nix Fechts Unten Bärenmarke Bärenmarke Scheiß Bärenmarke Ja, links Fein Bin ich grenzdibil, ja? Das ist schon, ey, sehr schwer Ey, die hatten wir noch nicht Ne, 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 oder? Ne Wär zu schön gewesen Aber was, ich bin ja so schlau und hab mir gesagt, dann warten wir eben noch bis so ein Mittelfass Ja, das war ja auch klug Wie hier ist durch die Level durch, Rush die du alle gemacht hast vorher Ja, wir sind ja auch einfach Das war's ja redet, ey Da war's noch nicht eingespielt, und jetzt guck mal wie meine Fähigkeiten geworden sind in der kurzen Zeit Ja Ist halt schwer mit diesem Kokosnussaffen So, ich brauch dich nämlich gleich noch Also lass mich erst mal das machen Wie, wie er immer redet, ey Dafür brauchst du mich? Nein, nein, nicht dafür Moment mal Moment mal! Moment, wollte ich gerade sagen! Ein Spruch! Hä Ähm Das machen wir auch mal kurz Hey, im Leben! So, jetzt gleich Warum gibt's eigentlich böse Affen? Ich weiß es nicht, die sind neidisch Will ich schon einen Strampelanzug haben? Ja Oh, ja Oh, ja Da links musst du dann Da musst du drüber fliegen Warte Da durch Und dann musst du fliegen Ja Ja, das Brauchen wir gar keinen Nein Nein Ich depp Ich dachte, da wär das dann Du kannst es zurück Du kannst es zurück Ich glaube es nicht, ey Van Hoon wieder hier Van Hoon Van Hoon Das ist doch Van Hoon Van Houten Millhouse Millhouse Die kleine Millhouse Das ist jetzt nicht so schwer Ey, wenn er immer das sagt, dann sterbe ich Naja, muss ja zugehen, das ist wirklich nicht so schwer Es geht Aber die werden dir praktisch geschenkt Oh Ja Ja Das ist, äh Das ist, äh Ein bisschen Schäße gelaufen, ne? Ja, stimmt Komm mal Oh, ich hab jetzt ein gruseliges Foto gesehen Von Andreas? Hm Was denn? Mit seiner Frau Welches? Im Bett Ja Ja Richtig ekelhaft Wieso? Die lagen dann nur so rum, oder was? Mhm Aber nackt Heilige, guck ey, was dann passiert sofort Hahahaha Auf Chillout Zone Ist das auf Chillout Zone? Ja Muss ich nachher mal gucken Boah, du guckst dir nicht an ey, ohne Mist Das ist, das ist, das ist nicht gut Ja, ich weiß, aber Risiko Hahahaha So, eins Risiko So, Handvoll, kommt mir folg dir Flo Hahahaha Ey, wie wär's, wenn du das jetzt mal schaffst hier Hahahaha Weißt du, deine Zuschauer auch nicht ewig Zeit Hahahaha Habt das irgendwas damit zu tun hat, wie lange das Video geht? Ich mach gleich ein Stundenvideo daraus Hahahaha Und jetzt werd ich die Fahne noch nehmen Schlecht, ey Und damit gehört das Level mir Ja, nicht wirklich Fuck Warum nicht? Du sollst stolz sein, ey, die blaue Fahne sch*** zu tun Hey, jetzt will er noch eins machen, oder was? Ach, da ist das mit Dings, oder? Ja, sollen wir das Wettrennen erstmal? Ja, machen wir erst mal das Wettrennen, mehr machen wir nicht Das hat er wieder sehr vorsätzlich gemacht, das hat er doch extra wieder gemacht Hahahaha Das stimmt nicht Rrrr, ey, du kannst kein Rad mehr ausweichen, oder was? Hast du das verlernt? Ich liege gerade wieder Ich liege gerade wieder Schön, ey, schöner Übergang Übergang Ichlabe Zuhause Du Ich hole vor Es hat eine Vor rubber Ja, da könnte man drüberfliegen, aber es ist ja. Solange er jetzt hier nichts verpasst. Oh, schön gemacht. Da muss er jetzt alles geben. Hey, Didi. Hey, Kiddy. Zeit. Ja, das wäre kackt. Baby! Wie gut, dass ich gerollt hast. Na klar. Das sind die Tricks. Jetzt gehen wir zum Bärenhaus. Wo bist du, Bär? Passage. Das ist aber die Klinge! Platz dir einfach rein, um aufzukaufen. Ich habe das Rennen im Fluss in 1.15 gelaufen. Du konntest das nicht mal in der Doppelzeit schaffen. Ui, bitte, das darf doch nicht wahr sein. Mein Rekord ist seit vielen Jahren nicht geboren worden. Ich bin so freak, ich könnte halt stoppen. Die hat noch jemand in der Hände nicht geboren. Ich bin so freak, ich bin nicht mehr. Ich bin so freak, es ist ja nicht. Oh, mein Landvogel Geil Ja, ja, ja Sehr schwer Sehr, sehr schwer wieder mal Ja, die machen es ihnen wirklich schwer Der Meister So, machen wir Schluss hier, oder? Speichern Ja, speichern noch Und dann werde ich erstmal Münzen und so sammeln Die Kellmünzen braucht man gar nicht mehr, oder? Doch Uff, jetzt fuhren die 103% Speichern noch Gut, machen wir erstmal Schluss Und dann sehen wir uns irgendwann wieder Tschüss Tschüss